einen wunderschönen guten morgen wünschen wir euch wieder sag mal zu dir selbst danke herr für diesen neuen tag danke herr dass ich heute wieder ein segen sein darf für die menschen mit den talenten mit den gaben und mit der schöpferkraft die in mir wirkt die ich in mir trage von dir geschenkt gott hat uns geschaffen in seinem ebenbild er ist der schöpfer alles ist von gott geschaffen alles ist gottes hand und alles ist in gottes hand es ist so wunderbar wenn wir wirklich immer mehr daran wachsen in dieser erkenntnis was gott uns eigentlich wirklich alles mitgegeben hat was wir alles zur verfügung haben nicht mal bekommen werden wenn er hat uns geschaffen in seinem ebenbild gesandt mit einem auftrag und für diesen auftrag hat er uns ausgerüstet ausgestattet mit allem was wir dafür brauchen diese schöpferkraft in uns in jesus christus haben wir diese schöpferkraft in uns im neuen bund lebt ja jesus in uns diese schöpferkraft es liegt an uns dass wir die immer mehr wirken lassen in uns und dann durch uns dass wir uns wirklich immer mehr brauchbar machen lassen für seine hand als werkzeug und zur verfügung stellen dass er durch uns wirken kann und zuerst in uns diese schöpferkraft muss ja erstmal so richtig zur entfaltung kommen wir haben letzte woche oft über die talente und gaben gesprochen die uns gott jeden einzelnen von uns mitgegeben hat auf diese erde und so auch diese schöpferkraft von ihm die lebt in uns es liegt an uns diese so richtig zu entwickeln zu entfalten und so richtig zur verfügung zu stellen zum segen für die menschen das ist unser auftrag und er hat es uns so einfach gemacht und ich möchte heute gern mal mit euch im ersten mose lesen einfach mal so richtig wirken zu lassen wie wir geschaffen sind und dass hier schon gott uns alles gegeben hat hier auch schon den auftrag gegeben hat zu regieren und zu herrschen es ist nicht unser auftrag hier auf diese erde über die runden zu kommen und einfach nur unter den umständen zu leiden zu leiden zu jammern zu meckern schimpfen nein wir dürfen über den dingen stehen wir müssen über den dingen stehen weil wir alles in uns haben wir die schöpferkraft in uns gottes in uns regieren und herrschen in unserem leben in dem leben dort wo wir zuständig sind dort wo unser auftrag ist daran dürfen wir immer mehr wachsen und das ist so wunderbar und das gibt so kraft und und so zuversicht auch für die zukunft gehen wir zum ersten mose kapitel 1 und fangen an vers 26 und lass es mal so richtig wirken wie wir geschaffen sind gott ist der schöpfer von allem alles ist gottes hand und alles ist in gottes hand an der erkenntnis dürfen wir wirklich immer mehr wachsen dann sprach gott lasst uns menschen machen als unser abbild uns ähnlich sie sollen herrschen über die fische des meeres über die vögel des himmels über das vieh über die ganze erde und über alle kriechtiere auf dem land vers 27 gott schuf also den menschen als sein abbild als abbild gottes schuf er ihn als man und frau schuf er sie vers 29 gott segnete sie und gott sprach zu ihnen seid fruchtbar und vermehrt euch bevölkert die erde unterwerft sie euch und herrscht über die fische des meeres über die vögel des himmels und über alle tiere die sich auf dem land wegen amen er hat uns alles gegeben vollmacht und autorität und einen auftrag seid fruchtbar und vermehrt euch das betrifft nicht nur das kinder bekommen was manche menschen denken nein fruchtbar und vermehrt euch ist unsere aufgabe mit unseren talenten mit unseren gaben mit unseren auftrag mit dem was wir tun mit unserer aufgabenstellung wir müssen frucht bringen ein segen sein für die menschen und dann lesen wir weiter vers 29 dann sprach gott hiermit übergebe ich euch alle pflanzen auf der ganzen erde die samen tragen und alle bäume mit samenheiligen früchten euch sollen sie zur nahrung dienen alle tiere des feldes alle vögel des himmels und allem was sich auf der erde regt was lebensatem in sich hat gebe ich alle grünen pflanzen zur nahrung so geschah es vers 31 gott sah alles an was er gemacht hatte es war sehr gut wir sind in gottes ebenbild geschaffen lasst es mal heute den tag wirken und einen gesegneten kraftvollen tag wünschen wir dir so 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 okay so so